Musik Mein Name ist Franzi Heller. Mein Name ist Marcel Heller. Ich bin der Inhaber der Wohnkultur Pur, der Bürgisser AG. Zusammen mit meinem Mann führen wir den Schreinerbetrieb Bürgisser AG hier in Oensingen. Wir produzieren individuelle Schreinerarbeiten, sprich Möbel, Küchen bis hin zu ganzen Raumkonzepten. Wir führen den Betrieb in der dritten Generation. Der Unterschied zu einer herkömmlichen Schweinerei, würde ich sagen, liegt ganz bestimmt in der Beratung und im Gesamtkonzept. Wir haben einen Showroom aufgebaut mit integrierter Showwohnung. Das heisst, die Wohnung bewohnen wir und laden die Kunden zu uns nach Hause ein. Wir versuchen dann auch diese Produkte eins zu eins im Alltag zu testen. Weil es ist viel spannender, Möbelstücke oder Küchen in Gebrauch zu sehen, als wenn sie einfach in der Ausstellung stehen. Ja, es ist ein bisschen intim, das stimmt. Die Kunden kommen zu uns nach Hause, die öffnen unsere Schränke, die kommen in unser Schlafzimmer. Ich glaube, man braucht da einfach ein bisschen Respekt gegenüber der Menschheit und dann funktioniert das recht gut. Ja, wir haben natürlich überall einen hohen Anspruch. Wir haben an die Produkte einen hohen Anspruch. Wir haben an die Mitarbeiter einen hohen Anspruch. Das ist sicher so. Das muss einfach sitzen und klappen. Da müssen wir uns auch darauf verlassen können. Die Produkte können nur so hochwertig sein wie die Arbeitsmittel dazu. Ja, es sind sicher auch diese I-Pünktelchen, die es dann eben am Schluss ausmachen, dass man nicht Design im Namen hat, sondern Design im Produkt hat. Ja, es ist sicher auch diese I-Pünktelchen, die es dann eben am Schluss ausmachen.